So, hallo, da sind wir wieder bei Fable 2. Wir sind jetzt im Banditenlager. Okay, und da kommen die Banditen. Ich lasse euch gehen. Wartet, bis ich zum Gegenschlag aushol. Was zum Problem war das? Was soll ich seiner Frau und den Kindern erzählen? Seht ihr am Schwanz? Was war das? 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 Oh! Oh! Okay? Und jetzt? Ach, das ist schön. Na toll, der hängt. Mach das bei mir, das wird mir gleich gut. Lasst euch das nicht gefallen. Schlagt den Kopf ab. Schlagt den Kopf ab. Was? Tötet sie. Ihr macht's mir leicht. Oh, Idioten. Das war ein Fehler. Wisst ihr, wie selten gute Arbeiter sind? Ich werde mich selbst um euch kümmern müssen. Ihr werdet wünschen, dass sie euch zuerst erledigt hätten. Eins, zwei, drei, ja! Wo ist er? Ach, da. Stolz, ein bisschen. Schade, sie war hübsch. Sie werden hübsch. Hey! Hey! Nach der Beute. Oh, das war ja mies. Das war ja mies. Also irgendwas stimmt doch doch gerade nicht mit der Grafik. Das ist aber doch durchsichtig, der Typ. schon gut. Ihr habt mich. Aber ihr bringt mich nicht um, oder? Das wäre falsch. Sehr falsch. Es wäre ungerecht. Ripper verschonen. Oder bringt ihn zu Bauer Giles. Tötet Ripper oder bringt ihn zu Bauer Giles. Ja, ich will ihn eigentlich zu Bauer Giles. Er hat gesagt, er will ihn lebend. Da ist er ja schon, der Bauer. Das vergesse ich nie. Und ihr? Von diesem Augenblick habe ich immer geträumt, seid. Nervt mich nicht mit euren Träumen, Wache! Ihr werdet zahlen, Ripper. Ja, ja! Bringt mich schon zu eurem Schweine, Sheriff. Ich war schon oft genug im Kitchen und kann mal Urlaub gebrauchen. Ich denke nicht. Wie? Nein! Das war ich nicht! Einer meiner Männer! Redet mit ihm, Abenteurerin! Nein, das hätte sie nicht gewollt. Ihr kommt mit mir nach Bauer Stone und ihr werdet hängen. Dafür werde ich sorgen. Du bist berühmt genug, um Luftkuss zu nutzen. Okay, was haben wir bekommen? Ansehenspunkte 750. Na, immerhin. Und den Luftkuss. Der Luftkuss. Wo ist er? Okay. Gut. Wir gucken hier erst mal noch ein bisschen. Nicht, dass hier noch was rumliegt. Doggo. Vielleicht ist hier noch was vergraben. Acht, guck mal, das ist die Rückseite hier. Tür ist verschlossen. Ach, an den Schlüssel. Schalalalüssel. Hier ist ziemlich oft dunkel, ne? Hier ist es oft dunkel und weniger hell. Also zumindest empfinde ich das so. Es ist wirklich oft dunkel hier. Okay, Doggo, ist hier noch irgendwie eine Kiste oder irgendwas? Schnupperst du was? Ah, da drüben. Wie komme ich da rüber? Die kann ich da von mir aus schon töten. Was? Die können springen? Ich nicht. Soll der Scheiß. Na gut. Er schnüffelst du noch was? Mein treuer Gefährte. Sieht nicht so aus, ne? Na gut. Dann komm. Gehen wir hier raus. Gucken, wenn wir das an den Schlüssel da drüben bekommen. Einmal hier runter und auf der gegenüberliegenden Seite hoch. Hier muss es dann hochgehen. Jetzt bin ich... Niemand erledigt einen Banditen, wo es überlebt. Hier finden wir... Sag, wie ist es so schlecht, Thierry? Wie gefällt euch das? Okay, ich höre einen Gargoyle. Okay, Doggy, wo bist du? Du hast doch da was gesehen gerade eben. Schatz, wo? Wo ist ein Schatz? Zeig mir! Achso, es ist vielleicht der Schlüssel, der der Schatz ist. Kann es das sein? Kommen wir hier überhaupt zum Schlüssel? Mit eurem Gold... Das wäre... Okay, da haben wir den Schlüssel. Okay, wo ist denn da? Grabungsort. Hier, okay. Gut gemacht. Und war jetzt noch irgendwo ein Schatz? Gehen wir nochmal hier runter. Und, hast du noch ein Schatzilein? Hey, besser hier als ich, Kuppel! Ich bin bereit! Verrotz bereit! Was war denn? Wolltet ihr heute nicht auf den Beinen bleiben? Genau deshalb wünsche ich mir manchmal, Bauer zu sein. Nichts. Das ist wirklich! Nein! Okay, ich habe total die Orientierung von... Ah, jetzt bin ich hier am Dämonentor. Mit den Bauern waren wir nicht gerade zifferlich, aber wir haben noch mehr auf Lager. Nein, das ist mir... Okay, das war der Bauernhof. Und Giles müsste jetzt eigentlich im Bauernhof sein, ne? Vielleicht können wir ja was klauen. Irgendwas Wichtiges. Irgendwas Interessantes. Ein Sellerie, na super. Irgendwas. Irgendwas. Okay, da haben wir noch eine Stelle zum Tauchen. Waldhüterhose Färbemittel Okay, nochmal den Fluss entlang schwimmen Danach würde ich sagen, gehen wir mal nach Bowerstone Ich schwimme jetzt hier mal den Fluss entlang Vielleicht gibt es hier doch noch was wo wir tauchen können oder so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir haben die Kiste gefunden, auch gut. Waldhüter Mantel. Okay. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal eine Schnellreise zu Bowerstone, nach Bowerstone. Achso, die Bildhauerin. Gehen wir erst da hin. Gehen wir erst da hin. Wir hatten ja dieses Podest, das wir benutzen können. Gehen wir erst da hin. Es ist Tag. Wunderschön. So mag ich das Spiel. Ich mag das nicht, wenn es so dunkel ist. Erstens sieht man so schlecht und zweitens sieht es im Hellen viel schöner alles aus. Ah, wollt ihr mir wieder Modell stehen? Aber natürlich. Oakfield. Nein, 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 nein. Oh, nee. Das ist ja Oakfield. Ich wollte das andere. Es gilt, durch körperliche Fakten eine Art emotionale Wahrheit herauszuarbeiten. Na gut. Ja, eure Technik ist erstaunlich. Fantastisch. Hoffentlich könnt ihr so weitermachen. So unglaublich statuenhaft. Weiter so. Hervorragende Modellarbeit. Nur noch einen Moment. Ach, wir versuchen hier das Besondere. Und ihr gebt mir nur Profanes. Ja, ist nicht so einfach, Heidi. Das muss ausreichen. Die Welt kann nicht länger auf meine Arbeit warten. Stand da gerade minus 90? Ah, wollt ihr mir wieder Modell stehen? Ja, Brightwood. Damn it. Was nehmen wir denn? Es gilt, durch körperliche Fakten eine Art... Wo wollt ihr hin? Modelle können nicht einfach abhauen. Kommt zurück. Ich hasse bewegliche Objekte. Ja, ich... Ich war keine Absicht. Es gilt, durch körperliche Fakten ein... Ja, eure Technik ist... Ah, gleich nochmal. Und haltet die Pose bis zum Schluss. Ich muss jedes Detail erfassen. Ja, eure Technik ist erstaunlich. Fantastisch. Hoffentlich könnt ihr so weitermachen. So unglaublich star-turnhaft. Weiter so. Hervorragende Modellarbeit. Nur noch einen Moment. Bravo, das Ideal ist zum Leben erwacht. Ihr habt in die Glut des Alltäglichen gegriffen... Und das Feuer der Ewigkeit gefunden. Okay. Ich gehe nach Bowerstone. Gebiete. Bauertympel könnte ich auch... War da noch irgendwas? Vielleicht kann ich da irgendwo Geld verdienen? Naja, ich weiß nicht. Soll ich erst... Na, komm, wir gehen zum Markt. Scheiß drauf. Wir gehen zum Markt. Okay. Was wollen wir hier tun? Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen Geld verdienen. Und vielleicht ein paar Gargoyles sammeln. Also, auf dem Friedhof gibt es wohl welche. Und auch in der Stadt. Und da gucken wir jetzt mal. Wir müssten sie ja eigentlich hören, die Gargoyles. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Spätestens, wenn mich einer blöd von der Seite an macht, müssten wir kapieren, dass da ein Gargoyle in der Nähe ist. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Können wir hier noch tauchen irgendwo? Jetzt wird es schon wieder dunkel, ne? Das ist doch echt zum Mäuse melken. Ah! Ja, ich höre ihn. Da ist er. Haha! Wo könnte noch einer sein? Da unten sieht es doch verdächtig aus. Ich gehe mal da runter. Kann man hoch. Hier kann man tauchen. Bauer Stone Markt. Okay, ich höre auch ein Gargoyle. Wo? Okay, wo ist der Gargoyle? Hier draußen? Nee, ihr könnt ja auf mich schießen. Aber ihr stecht euch dabei eher ein Auge aus. Wo bist du? Du Sack. Ich höre dich doch. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Dammit. Er muss hier irgendwo sein. Scheiße, wo ist er denn? Könnte er sein. Er muss doch irgendwo hier an der Hauswand sein. Ja, Leute, ich suche nur ein Gargoyle. Ich will euch nicht töten. Er hat mir einen Schreck eingejagt. Das gefällt mir nicht. Ihr haltet euch für schlau. Hä? Ein Müllkübel hat mehr Verstand. Scheiße, wo ist der? Ist der vielleicht da hinten drin? Ich komme da nicht rein. Warum sollte jemand einen Willenskraftanwender entführen? Da ist er. Wie geht ihr mit eurem wachsenden Ruhm um? Bei euren glasigen Augen könnt ihr kaum gerade aus. Meine Hände sind schon mal. Kann ich hier nicht? Nee, geht nicht. Okay, Kutscher, du musst deine Kutsche da wegmachen. Keine Ahnung. Probier mal so. Vielleicht ist er dann weg. Okay, das ist jetzt zwar, weiß nicht, ob das so schlau war, aber Also rein theoretisch müsste der Kutscher jetzt weg sein. Der hat mich ja schließlich da hingefahren. Die Kutsche ist aber immer noch da. Na toll. Okay, dann müssen wir uns das merken, dass da hinten einer drin ist. Da ist auch noch eine Kiste drin, habe ich gesehen. Okay. Gut. Okay, ich überlege mir mal was. Wie wir hier am schnellsten die Gargoyles finden können. Und vor allem, wie wir hier schnell Geld verdienen können. Denn so geht es nicht weiter. Wir haben erst 255, weil ich das Haus gekauft habe. Und wir brauchen mehr Geld. viel mehr Geld. Willst du ein Autogramm haben? Okay. Gibt es hier Autogramme schreiben? Die Läden sind jetzt geöffnet. Okay, Leute. Dann mache ich jetzt, wie gesagt, hier einen Cut. Und dann sehen wir am nächsten Part von Fable 2, ob ich Kohle gemacht habe oder nicht. Also bis dahin. Bye, bye. Auch mal. Bye.